das ist nicht weit weg von uns nein genau dahinter ja ja hinter unserem haus sozusagen wer läuft da ich wenn ihr blödsinn macht bin ich schon die ganze zeit am laufen am bauen abbauen ja 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 wenn die anderen leuten die türen weg sprengt hier ist es nicht runtergekommen ich sehe hier nichts landen das war schon bist du das henry so getestet auf bvp anders nein ich habe nicht geschossen wenn ich das essen würde würde ich sogar mal hört doch auf das c4 zu verschwenden wozu brauchen wir sonst das weißt du doch mal ist das jetzt auf den bergen gelandet oder so kann das auch sein dass sowas auf dem berg landet wir haben vier granaten im deck ich fühle hier wieder selbst gespräche glaub ich hörst du auch so ein fluss an der mitte unsere blueprint käste die ist voll unsere ganze lederklamotten holy shit für die fetische ich hab sie wieder rausgekriegt mach mal deine tür zu junger ja die ist zu voll reingucken natürlich du hast zwei kisten campfire schlafsack und da links steht ne workbench ja versteht aber die die ist nicht zu die ist zu die ist bei mir offen alter echt wenn ich entgegen renne die ist zu ja wenn ich da versuche durchlaufen werde ich auch weggekickt aber die ist offen bei mir ich finde die dinger nicht die müssen doch hier irgendwo sein oder bin ich schon zu weit gelaufen hier ist die straße hier hat man eine schöne aussicht da hinten ist ja auch noch so ein riesenwald da sind wir noch nie hingegangen ich weiß nicht was ich noch machen kann du kannst ja deinen turm wegsprengen wenn du lange weile hast so viel c4 hab ich nicht habt ihr das alles schon vergurkt hier bin ich nein wir haben nur noch also ich hab noch drei aua reicht da noch vor allem die Tür das hat weh getan das war gar nicht so hoch das waren nur 20 meter ich hab die dinger nicht gefunden ich weiß nicht wo die runter gegangen sind das sah eigentlich ziemlich nah aus aber keine ahnung wenn die jetzt hier irgendwo in den bergen landen dann kannst du die auch schwer finden zwischen den ganzen felsen oh das geht schon wieder so steil runter ah gut ich hab's überlebt was schließt sich nicht komm schon bist du jetzt einfach raus gegangen? ja mitten in der aufnahme er wagt es ja war mir zu mehr gemacht nichts tolles ich muss sowieso gleich los ach und dann habt ihr mir nicht mal eine metalltür gelassen ja wirst gekefflert hier gibt es keine metalltür mehr die habt ihr rausgenommen damit ich mir keine bauen kann metall ist auch nicht da naja was erwarte ich dann auch bei zwei spielkindern so das kommt hier rein das kommt da rein nein da das kommt da rein ah das metall ist wenigstens noch da ja es war schade drum oder naja na komm warum scrollten das nicht immer halt ich hab doch bestimmt noch sachen die ich wegwerken kann ja das fett wo bist du henry? ich? ich bin hier in der necker wo bist du? im haus bin ich ja ja du auch ich auch hi tjo hast du pech ich hab ich hab soll ich jetzt hier disconnecten oder was? da musst du immer da drinnen bleiben haha was macht die? hat dich eingesperrt? ich hab schnell eine tür gebaut und ihn eingesperrt ja ganz schnell drinnen nein nein dann müsste ich mich auf euer niveau herabbegeben das mach ich natürlich nicht so jetzt warum hab ich denn jetzt das feuer ausgemacht henry wir könnten noch farmen ein bisschen bisschen zeit haben wir noch oh hier ist ja gar kein holz drin hier ist ja gar kein holz drin na 10 minuten können wir noch wo haben wir denn das holz? haben wir denn hör auf mich zu hacken hör auf die tür zu hacken geh raus wenn du die tür hackst und mach das nicht das hört sich an ja dann wie ein querschläger ne au wie siehts eigentlich bei mir munitionstechnisch aus? oh geht noch grad so wo geh ich denn jetzt farmen? in welche richtung? da war ich jetzt geh ich hier lang wo wollen wir denn nun unser haus bauen? henry kommst du mal zu mir? ja das metalldingen kommst du mal zu mir? wo bist du? auf der anderen seite von dir von dem haus sieht gut aus richtung wald musst du gehen dann stehe ich da gleich daneben da wollen wir das hier auf der fläche bauen dass das so ein bisschen geschützt ist von den steinen und von der straße dass man das nicht gleich sieht hm wäre eine möglichkeit so ein bisschen in der nähe von uns würde ich das schon bauen wollen wollen wir denn gleich hier anfangen mit foundation schon mal oder was? ja kannst du gerne machen also ne sind ja acht stück drin ich geh jetzt hier hinten noch ein bisschen steine suchen solange das noch so hell ist mhm wir brauchen metall mehr als genug ich bleib denn hier in der nähe dann baue ich schon mal foundation sag mal nick hast du ihn gegeben? ja findest du das in ordnung? mhm ja ja gut dann ok bereust du uns? ach mhm das ist schön ich erzähl dir auch nicht dass ich acht mal c4 gefunden hab vorhin guck mal da wird er ganz ruhig da wird er ganz ruhig da wird er ganz ruhig mhm der war noch nicht dran oder bei hendry sie blufft er blufft meine ich sie vor allen Dingen ich bin keine sie so ach was ich unser überhaupt der Eingang sein das muss das ist mir egal möglichst vielleicht auch nicht von der straßenseite oder? auch wenn es vielleicht bisschen aaah jetzt habe ich mich erschrocken jetzt habe ich mich richtig erschrocken ich habe sogar mit der maus gewackelt dabei blöder bär ich habe gesagt die Aufnahme nicht funktioniert ja 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 das wäre natürlich wünschenswert nicht so wie gestern frau mich gar nicht Seppke anzuschreiben so na gut ich werde dann jo legt bis zum nächsten mal ne auch rein jo tschüss 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 gleich rum ganz ganz klein das kann ich ja schon bauen neu modern aus und ich habe zwei research kits ich kann ja danach die anderen sachen noch leeren ist aber klein und schnucklig ne ja das soll ja muss ja nicht groß sein oder ja wir machen da nur die wichtigsten sachen rein würde ich sagen und unsere schlafsäcke dann vielleicht aber die sind auch noch nicht mal so wichtig wichtig sind unsere ja doch ach ist egal können wir uns nicht überlegen wenn es soweit ist ich möchte schon mal ein kleines zimmer behalten du bestimmt auch ne ja ah das sieht doch schon mal nach was aus oh du hast das aber sehr eigenwillig gebaut nein das ist moderne kunst du verstehst das soll das denn so bleiben oder sollen dann noch ja das bauen wir natürlich noch ein bisschen auf sollen dann noch foundations ran da kommen noch foundations ran ja dann wie viele brauchst du noch ordentlich ne sag mal naja das so viele wie es geht einfach gib mir ne zahl und ich werde damit schon irgendwas bauen ja bloß so riesig platz ist ja hier nicht wir müssen doch nicht ja aber hier kann man schon ordentlich bauen willst du dann nochmal so ein riesenhaus bauen wie wir daneben gebaut haben ich baue das gigantisch so groß wie mein ja wenn du das so groß wie dein baust dann ist das ja hier schon zu viel um mal bei der wahrheit zu bleiben denn denn je mehr man davon erzählt umso mehr macht sich dann bemerkbar dass du eigentlich nur eine komplexe verarbeitung da betreibst eine komplexe verarbeitung ja 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 so ihr kommt da rein ihr kommt da hin weg mit dieser scheiße ich hasse die ollen steine ja was denn nichts nichts die wahrheit tut weh ich weiß was fikt nein mach ich nicht du machst ja auch nie was man dir sagt aber wir haben bald ein stack voll mit leder so 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 ich muss mal was essen ja 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 warum ich das denn ausgemacht ach da ist kein holz mehr drin ich hab das gar nicht ausgemacht ich hab das gar nicht ausgemacht dann brauchen wir ja noch ein bisschen sachen ne ich baue dann jetzt erstmal so eine dinge kannst du noch ein bisschen was steine ernten gehen kann ich machen ja ja da sind sie so ich mach erstmal vier stück reicht dir das erstmal für deine bedürfnisse ja erstmal weil wir brauchen ja auch noch pillars und sowas alles ja so so Mahlzeit womit wieder mal klar wer das war wer das war so Metal Foundation hast du jetzt die ganzen Wände verbaut? ja das ist dumm weil ich die noch nicht bauen kann kannst du die bauen? ja dann ist gut die wollte ich nämlich eigentlich noch leeren deswegen habe ich doch gesagt hebe ich mir die Research Skits auf achso ja was kannst du denn nicht an Metall Sachen bauen? du ich wollte eigentlich vier bauen ramps Rampen brauchen wir nicht ne? sonst kann ich ja alles aus meinem Teil bauen ja dann lerne ich hier die Decken wenigstens ne? die sind ja auch wichtig aber das dauert jetzt eine Weile was mache ich denn so lange? ich ess mal was mh 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 mmh mh ja kevlar bringt aber wirklich am meisten bei schusswaffen und mehle ist so angriffe oder miel explosion bringt 60 radiation ja leider nur 20 da sind die anderen sachen dann wieder besser man müsste so zwiebelmäßig alles übereinander tragen können ja wäre doch gut das ist ja was so leder rüstung über leder rüstung und ganz oben der kevlar alle drei sachen zusammen dann hast du es war das ist so geschützt nach wegen der wärme wegen kohlt der ist dann vielleicht bisschen höher ich weiß es nicht ich habe da nie drauf geachtet so bist du draußen bist du bei deinem gebäude bist nicht bei dem metall ding nein ist nicht so schlimm ich mach dann erst mal weiter ich weiß ja nicht was du gerade machst ich habe gerade stein gefahren aber ich geh zurück ja das ist gut den bringen wir her denn ich brauche metall ja da ein stein bringt das bringt nicht viel das stimmt allerdings so der ist alle der kann aus der sulfurofen ist aus der schon leer 38 da brauche ich zwölf stück wo ich kann ordentlich puder pulver machen so und wo haben wir die dinge shotgun shells dann habe ich wieder 50 gut pulver kommt hier rein farmst du noch nein ich bin jetzt beim haus gut ich bringe dir gleich was komm jetzt raus dann kannst du mir deinen deinen metall zeug geben was du hast habe nicht mehr die metall ohre meine ich die kann ich doch dann reinlegen warte habe ich ihn geworfen hier gut und dann müssen wir jetzt pillars haben mal jetzt mal so zehn stück die brauchen wir bestimmt wenn ich noch mehr ja so fuhr jetzt habe ich deine blöden steine mitgenommen so weg damit dann brauche ich jetzt mal pillars 20 metall fragmente melo quality metal brauchen die sagt mein hunger nachdem geht es gut ich bin gleich wieder bei dir wenn du noch da sein solltest bin ich ja jetzt mal gespannt was sich gibt wie das jetzt aussieht ach da du pullest gerade ein bisschen ach so will das bauen laut der erken und kanten aber das reicht dann auch mal als grundfläche ich brauche hier noch zwei ich mache dir ja ich mache dir noch zwei hier noch drei vier so da hast du pillars wie gesagt wenn dann musst du dann bauen die kann ich nicht bauen und da soll ja auch noch eine zweite etage drauf ne tatsächlich ja tatsächlich ja exzellent marvelous so haben wir das da bist du das ich kann ja eine woodwall bauen die du dann researchen kannst eine woodwall wozu das denn ja du hast kannst du keine walls bauen metall 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 kann ich nicht bauen ja das hatte ich ja eigentlich auch vor ich habe deswegen doch die beiden research skits aufgehoben gleich da oben so 28 low quality metal habe ich da kann ich mal gucken was ich da noch rauskriege das reicht wohl nicht für drei müsste das aber theoretisch noch reichen für drei foundation ja reicht auch für mich ja ist bei mir oben im zimmer sonst hätte ich dies jetzt gegeben ich habe jetzt bloß gerade was angefangen also ich will die gerade deine foundation bauen drei stück und dann geht auch nicht mehr viel dann sind unsere low quality dinge alle dann habe ich noch vier wir müssen wir erstmal fahren gehen das machen wir dann aber in der nächsten folge ja nun wird fertig hier die folge wird jetzt über lang aber ich will noch deinen dein kunstwerk zeigen also hebt mal dass die wand auf ich hole gehe dann gibt die jetzt die dinge du gehst du warte ich gebe dir eine wall und ein research geld habe ich mir von dir geklaut wo bist du war meine tür offen henry war meine tür offen oben war meine tür offen oben ja natürlich ja ja ich werde hier von meinen eigenen team mitgliedern beklaut ja bloß wenn du mir jetzt ein research gebräumt nimmst du mir dann ach so ja jetzt verstehe ich erst ich wollte habe mich gerade gefragt was du damit machen willst warte mal hier hast du erstmal deine woods deine foundation meine ich ach das muss ich an der workbench machen das merke ich mir nie so halt falschen knopf gedrückt das ist doch eine ne ja so jetzt kann ich die aufbauen ich gebe dir die wand gleich wieder ne die brauchst du doch sowieso hier hast du komm hier nicht weg was ist denn jetzt los henry ich hänge ich hänge hier fest jetzt jetzt ich habe mich immer achso auch mensch sollte ich dir mal sagen was mir eben passiert ist na ich habe etwas auf die falschen tasten gedrückt kann ja mal passieren die holzkohle wollte ich doch auch noch mitnehmen damit ich noch da schon wieder so fuhr so warte ich komme mal mit raus dann gucken wir uns das noch an und dann müssen wir langsam mal feierabend machen okay sonst wird die folge zu lang ich gehe aber durch dieses türloch oh ich gehe nicht durch das türloch ich springe daneben das sind aber auch massive metallsäulen wa und die stehen auch daneben wo willst du jetzt die foundation hinsetzen ich überlege was soll das werden das ist moderne moderne kunst ja aber wir haben doch dann lauter blöde gänge weißt du was wir dafür viele wände brauchen ja weiß ich ja obwohl man könnte hier auch einfach eine tür machen und das als terrasse nutzen hier dann genießt man den sonnenuntergang ok das wird doch hübsch aus oder nicht das wird die blechbude hier muss auch irgendwo ein treppenhaus hin das könnten wir hier hin bauen glaube ich wo ich jetzt stehe wo ich da hinten in die ecke in welche zeig mir mal wo bist du in die hier da wo ich jetzt mit dem laser pointer aufzeige da hinten willst du die treppe bauen ja ach du großer gott naja ok ich wollte ja jetzt eigentlich schluss machen ne für die session von heute ui mit der session von heute denn bis zum nächsten dann mal dann mal